hallo hallo und damit herzlich willkommen zu der zweiten staffel der assassin's creed chronicles reihe diesmal mit dem india teil beim letzten mal haben wir die china version durchgespielt und machen jetzt ganz normal chronologisch weiter mit der india version ich bin sehr gespannt der erste teil hat mir doch ganz gut gefallen und jetzt gucken wir uns wahrscheinlich erst mal das intro video an er hat den aus dem palast des maratschers geschulden ich glaube das ist ein michael schmiedler großvater ja wie auch immer security ist heute someone must have noticed my visits i don't need weapons to knock out a few guards wird das not give them a reason to shoot me well it is now to reach it an armenden in areas i shouldn't be full of palace guards this is going to be fun nur schau wir mal ob es lustig wird das werden wir jetzt sehen um heute gesundheit körper schon ertragen erhöhte gesundheit die wahren durch diepsteine die wielen abnehmen aha was auf jeden fall hier anders ist wir haben es gerade gelesen diepsteuer schon das ist neu mit dazu und es gibt auch schusswaffen die gab es in der china version ja noch nicht auf diese ganzen steuerung sachen gehe ich jetzt mal nicht groß ein weil das kann ich abholen jetzt das auch neu das kennen wir ja alles schon optisch sieht es bissel bissel bunter aus bissel heller im allgemeinen würde ich mal sagen aber trotzdem natürlich der gleiche stil ich vermute mal in diesen roten sachen kann ich runter klettern ja loop mal in den griffin verzeihung ja das ist natürlich einführung was wir mit der großen schatten gold mal zwei das ist glaube ich auch nur diese multiplikatoren gab es vorher auch noch nicht da verdoppelt man halt die punkte für die aktionen und so weiter verdreifachen was da noch alles kommt und ja das hatte ich gelesen also ja ja und durch gut da unten ist ein splitter den hätte ich ja fast übersehen und noch eine kiste ach du gott mal gucken wo da ist auch noch ein splitter bitte was hier soll noch ein splitter sein doch dort hinten hinter dem elefanten wie komme ich denn dahin da habe ich doch gerade gesehen oder etwa nicht ach ganz dort hinten gut ja gut das kennen wir ja alles schon ist das gleiche wie bei china warte mal kurz ja den interessiert das aber nicht so war das nicht geplant aber ja gut ja gut Ich kann nicht mehr aufhören, ich kann auch die Karte lernen. Ich habe mich nicht mehr aufhören, aber ich wollte nicht mehr aufhören. Ich habe die Ratschung gelegt, ich habe die Ratschung gelegt. Wir müssen jetzt mal wieder aufhören. Wir müssen uns mal was hier machen. . ja also mit spielmechan spielmechanisch ist das alles ist das gleiche das nimmt sich nicht viel aber so ist ja nicht schlecht das soll es ja nicht heißen wird jetzt gleich am anfang alles erklärt jetzt haben wir schon multiplikator mal fünf komm dreh dich rum bitte ja 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 Ich will noch mal kurz gucken, alles ok. Ich weiß nicht, boah. So, an dieser Stelle muss ich kurz Pause machen und bin gleich wieder da. Und da bin ich schon wieder. Achso, das Stehlen, das habe ich noch nicht. Das kommt bestimmt noch. Das fehlt in der Liste noch. Wenn du ungemerkt bleibst, ja. Gnade. Gehe nach einem Tänkungenhalter, um die Leichte zu plündern. Aha. Ok. Alles klar. Ah. Ah. Ja. Plündern. Juwel. Sehr schön. Ach komm. Na ja, gut, dann geht es halt so. Da bin ich doch schmerzfrei. So, hier ist nichts mehr. Das ist die Frage. Hier ist nichts mehr. Manchmal. 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 Achso. Halt hier. Drehen. Nein, nein, nein. Das wollen wir nicht. Checkpoint neu laden. Das ist nicht in unserem Interesse. Verstecken wir uns erstmal. Sicher ist sicher. Ich kann nicht nur ausschalten. So wie jetzt zum Beispiel. Ah, der hat automatisch geplündert. Gut zu wissen. Ah, kann ich auch plündern. Klar. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht stehen jetzt nicht plünderun? Hm. Ah, macht er nicht so was. Da unten ist ne Truhe. Die hab ich gesehen. Läuft. Das ist natürlich jetzt schon... Das ist natürlich jetzt schon... Schon nochmal ein ganzes Stück mehr als im ersten Teil. Das muss ich sagen... Haben sie gut weiterentwickelt. Das gefällt mir. Ja, finden wir schon noch. Keine Angst. Ha, ich habe es geschafft. Was machen die jetzt? Machen die irgendwas? Oder gucken die bloß? Die gucken bloß. Ja. Nicht so künstlich aufregen. Tigerlein. Na? Sick. Elite-Wache. Na da. Die ist bestimmt ganz schön sick. Ha, ha, ha. Kleines Buchspiel. Das ist jetzt... Ob ich den jetzt ausgeschalten kriege. Ah, das dauert ganz schön lange, bis der sich wieder rumdreht. Das könnte klappen. Könnte klappen. Schauen wir mal. Alles klar. Soviel dazu. Könnte also nicht klappen. Der hat sich jetzt aber deutlich schneller umgedreht als vorher. Ja. Also das hat man gesehen. Upsala. Da war ich etwas übermütig. Das Rutschen, das sollte in dem Moment nicht sein. Sollte eigentlich nur hier... Genau. Das sollte eigentlich auch noch machen. Ja, eigentlich nur machen. Ja, Elite-Wache. Danke. Ja. Seid ihr von linken Armen? Kleiner Krüppel. Ähm. Wollen wir den aufwägen? Nee. Wollen wir den aufwägen? Nee. Wollen wir den aufwägen? Das ist doch blöd. Das ist doch blöd. Das ist doch blöd. Ja. Ja. Ja komm. Leute, zu Ende. Danke. Ja. Ja. Eigentlich brauch ich den gar nicht looten, weil er ja eh voll ist. und dass ich mir nichts geben kann, was ich brauche. Von daher... Nein. Nein. Mh. 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 ich muss dort geduckt durch oder ich muss den ausschalten ich hätte nur ausschalten können mein fehler aber bevor wir das jetzt noch mal versuchen beende ich jetzt erst mal die neue folge und die erste folge von dem neuen teil und bedanke mich fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal bis dann